So, hallo miteinander und willkommen zurück zu Stellaris mit Torren und mit Tricul-Bobber, Tricul-Lord. Ja, das wäre schon richtig, ne? Und Felix. Hi. Ja, hi. So. Ja, der Krieg ist ausgebrochen. Eine Archäologiestätte wurde entdeckt, was? Nicht dein Ernst. Da hinten. Nein, ich habe meine automatisch. Meine andere Frage, weißt du, was für ein Schiffsdesign die Ägypter benutzen? Nein. Weil ich habe das noch nie gesehen. Also für Layout, also nicht für Layout, aber vom Aussehen her halt, weil man sieht wie voll Star Trek-Leg-mäßig aus. Hm. Moment mal. Wo sehen wir denn hier den Kampf? Ja, ich... Sag Bescheid, wenn ihr kämpft, ne? Wir kämpfen. Ach, da unten. Für, Jörn? Ja, ist schon Bescheid. Ja, ja. Ich bin schon eingenommen. Das sind, äh, humanoide Schiffe, glaube ich. Müssten das sein. Dafür brauchst du wahrscheinlich... Ja, die kriegst du wahrscheinlich mit dem, äh, Menschen, die, äh... Oder mit den Humaiten. Genau. Ja, gut, ne? Okay, das hat ich, warum ich noch nicht gesehen habe. So, dann schicke ich mal eine meiner Flotten runter, die sollte eigentlich reichen. Für mir brauchst du gar nichts mehr machen. Doch, ich komme mal lieber zu dir, das... Wir wissen doch alle, wie ich... Ja, ja, sonst vergisst du wieder deinen Planeten zu erobern und so. Eben, eben. War nicht ich. Hallo. Hi. Hi. War ein anderer Shadow Broker. Ja. Ein anderer Shadow Broker. Ja. Wer gibt's denn von euch? Äh, let's go. Er war bestimmt genauso beworben wie du. Ja, Entschuldige, aber die Amie ist ja lächerlich. Ja. Lächerlich... Paradieskuppeln. Ach, schön. Die Amir in New Jamestown sind lächerlich. Lächerlich. Hm. Überleg, ob ich überhaupt so fies hab, so viel verbüsten soll. Sozialforschung. Was ich eigentlich verabscheue. Äh, ich mein, äh... Warum Forschung am Menschen ist doch immer... Ägibig. Äh, ich mein. In der Tat. In der Tat. Äh, äh... Äh... So, Nietzsche. Eine Tech-Welt offensichtlich. Naja, ich... Sollte das eher in einer Raffineriewelt werden. Nietzsche. Eine Raffineriewelt, bitte. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen flüchtige Teilchen. Ja, über 3, 3... 3... Wenn ich mal so einen hier... Dann können wir noch ein paar Dienstleistungen im Freizeitdistrikt. So. Wie baue ich denn dieses Ding jetzt aus, auf die nächste Stufe? Babylon. Äh... Gute Frage, ne? Weißt du, wie man die upgradet? Musst du denn mit dem Konstruktionsschiff hin? Oder was? Habitate upgraden. Ja, ich kämpfe. Es war ziemlich massiv. Was? In die große Plotte. Oh, nehmt ihr... Im, im, im... Nehme ich mal an. Ja, sie sind drinnen. Sie werden vaporisiert. Oh ja, die schlachten dem normalen Stigart, sie sind so... Wunderschön, so. Wie ein Kind, wenn es zeichnet. Ja, genau so schön sind sie, ja. Wie schöne Formationen und so. Ah, die Sabine Bergmeister, muss man schon sagen, ihr Name ist wunderbar für dich. Generellin. Es ist schon interessant, ehrlich gesagt. Ja, als Erz. Ja, was soll immer Ägypter sind. Das ist einmal zu Katsumi Matsu-Matsu-Sumoto geworden. Matsu-Sumoto. Ja, ich würde mal sagen, das hätten wir auch hier erledigt. Geht's weiter. Mehr Forschung. Mehr Soldaten. Mehr Wohnungen. Mehr Tod. Mehr Tod. Äh, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Das ist... Ich bitte dich, das... Schade. Okay, hier und da. Das Distrikt Xeer ist tatsächlich jetzt... Oh, wie noch in der Lage war, es auszubauen. Mal hier ein weiterer Mineralabbau-Distrikt. Schaufeln ein bisschen was frei hier. Auch hier dann noch ein Bollwerk. Neue Triebwerke. Damit könnte ich das Potenzial sogar noch schneller zu euch unterfliegen. Dann müsstest du aber wieder zurückfliegen. Ach, da ist das nächste Habitatstufe. Ich verstehe. Lassen wir hier das mit. Naja, also die sind eigentlich zum Großteil... Ne, was heißt zum Großteil? Ich habe eine Flotte runtergeschickt, die reicht. Die ist so stark wie alle, aber da fanden zusammen. Meldet euch, sobald ihr hier attackische Flotten seht. Die könnten nämlich tatsächlich gefährlich werden, ein wenig. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt alles gut. Ich glaube auch nach unten hin. Oh ja, hier ist... Oh ja, die sind auch... Das ist die Flotte von vorher. Also ich sollte hier unten eigentlich keine Probleme mehr haben. Gut. So, kann ich jetzt endlich meine letzten Upgrades hindurch von auf Verwüster-Torpedos. Sieht so aus. So, wer hat denn noch Torpedos im Petto hier? Torpedos, 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 Neutronenwerfer, hier. Gut. So viele von denen haben wir gar nicht. Oh, doch hier. Ja, das speichern. Drohnenwerfer. Ja genau, und das sollten wir jetzt definitiv hier nochmal aufnehmen in unsere Hauptflotten. Schiffste sind in der Flotte hinzufügen. Nein, nein. So, wir nehmen den nächsten Planeten ein. Station ist noch im Weg. Was sind sie denn? Ach, hier. So. Dann verstärkt mal die. Der zweite Verteidigungskater erhält auch nochmal welche davon. Schluss wurde verabschiedet. Äh, könnt ihr auch für Wirtschaft. Ah ja. So. Der Lebenszeit. Reistausweitung von Bewohnern reduziert. Ja, gut. Das Bollwerk der Harmonie wird als nächstes hier natürlich weiter stärken. Harmonie natürlich, ja ja. Ja, natürlich. Was denn sonst? Die Harmonie der größten Kanone. Ja, das kann man ja so jetzt auch nicht sagen. Also darf man ja... Doch, das kann man sehr wohl so sagen. Was erdecken nur sie. Sie unheult. Ah ja. Stell die Flotten reparieren gehen. Reparieren? Das ist ja... Eine ganz nette Station, die das so gerne macht. Reparieren sich deine Schiffe noch nicht von alleine? Doch, doch, aber so geht es schneller. Ich lande nämlich gerade auf dem Planeten. Es gibt ein regenerierendes Rumpfgewebe, ne? Aber doch keine Reparaturstation mehr. Ich glaube, ich bin nicht drauf. Hm. Ja, da vor allem, die Daten sind hier, sage ich mal, äh... Auch nicht so. Warten, wa? Und das hier ist eine tropische Welt. Größe 647. Bist du? Ach, du bist immer noch der hier unten. Operationsplaner. Hier. Wirklich? Moment mal. TACANW, Maskonia 2A. Research Station lost. Ähm. Piratenflotte. Wow. Ich kann Dichterer formen zu irgendwas Sinnvollem, hm? Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall unser Geld wert hier. Lass uns ein paar Dinge verkaufen. Mein Sign-Chip wurde angekündigt. Oder man kommt aber eine ziemlich große Battle-Crew. Also von links kommt... Mein Station lost. Ja, ja, wo, wo? Ähm, bei Hartrikos, äh, bei den... Hat mir... Ich weiß nicht, warum meine Sign-Chips gerade dort sind, sollen heimgehen. Ah ja, die... Obwohl, die werde ich wahrscheinlich verlieren. Ja, ich sehe, ich sehe es schon, ja. Äh, ich kann... Du wirst es, glaube ich, auch verlieren. Ja, wie immer das. Ja. Wenn wir nirgends so hinspringen können. Ja, dann schicke ich mal meine zweite Flotte auch runter. Hm. Aber die werden eher... Ich weiß nicht, wie die... Wie sie kommen. Wir werden sehen, ob sie nach unten... Das ist halt die Frage. Ich kann halt, wenn ich mit meiner zweiten Flotte oben in der Heimatwelt stehe, dann kann ich halt relativ gut reagieren, weil ich durch die Wurmlöcher rauskomme. Wir müssen halt sehen, wo sie jetzt hinfliegen. Ob sie entweder runterfliegen zu mir. Aber ich befürchte, sie werden sich mit den unteren verbünden. Ja, also da habe ich ja meine 15.000 in den Wald da. Das ist schon mal gut. Ja. Das war's mit meinen Science-Ships. Schips. Schips. So. Aber sie haben überlebt. Das ist gut. Das hier zu einer Aridenwelt. Das können wir machen. Dauert lediglich 10.000 Jahre. Neue Technologie discovered. Also durch Sterntore wurde entdeckt. Gut. Phasen-Destructoren. Ja, dass wir die noch nicht haben, ist eigentlich auch ziemlich bitter. Ja. Ja. Boah, sie bewegen sich noch nicht. Aber wenn wir es schaffen, die unten schnell zu zerschlagen jetzt, dann haben wir weniger Truppen dann, die uns entgegenstehen. Unten in Rasanklitz. Wenn wir jetzt gebündelt runterfliegen gemeinsam. Ja. Dass wir das gleich machen, dann haben wir viel weniger Truppen. Ja, ja. Ich bin unterwegs nach Jerozgant. Ja, dann stelle ich mich schon an die Grenze hier. Ja. Wart, bis du dann dort bist. Jep. Ich habe leider ein massives Problem auf Schattenwelt. Ah, jetzt geht's wieder. Zwei Neo-Sapiens. Das sind die normalen Neo-Sapiens. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich habe so wenig, ich habe nur mit 13, ich habe minus 13 Wohnungen. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Ich habe kein Gebäude, was mir mehr... Äh, die Residenz, also Luxus-Residenz, glaube ich, Wohnungen... Ja, ja, das weiß ich, aber es gibt kein Gebäude, was ich bauen kann. Hm. Was mir Wohnungen gibt. Mal setzen hier. Neue Technologie unterscheiden. Ja, aber wenn ich eins nicht brauche, dann noch mehr Leute. Botschaftskomplex. So, mehr Forschung. Oh, ich könnte ein Botschaftskomplex bauen. Kann ich gleich wieder... Also Botschaft. So, ich schicke mal runter, ne? Mhm. Warte, 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 warte. Warte, gib mal kurz einen Moment. Du schießt auch hier an der Grenze, wir müssen jetzt mal zur Grenze fliegen. Ja. Ich bin... Flitze mir? Oder drücke einfach mir Folgen. Einer von meinen... Einfach auf einer meiner Dinge, die sollen wir einfach nachbringen. Da muss ich dich nicht mehr drum kümmern. Hab ich gemacht. Sag mal, okay, sehr gut. Unsere Fabrikstation, wo man handelt, ist direkt hier, würde ich sagen, ja? Und dann hier... Große Schlacht steht bevor. Na ja. So, ein Rass anklitz, das schau was du dir richtig an hier. Ja. Viel zu zerstören. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man das UI ausblendet, dann wäre es natürlich noch schöner, aber... Wir sind wieder bei Kasumi Matsumoto. Und ich schicke gewonnen, aha. Interessant. Warum? Haben sie nachgegeben, oder was? Sie haben aufgegeben, sie haben es zu erinnern. Ja. Okay. Sollst du sagen. Ja, das... Ja. Das akzeptieren wir. Das müssen wir wohl akzeptieren. Ja. Ich denke, das ist ja unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Sollte sie basalisieren. Sie wurden gerade eben basalisiert durch die Ratak. Na gut. So schnell geht das. Im nächsten Krieg machen wir uns den. Ja. Im nächsten Krieg machen wir uns den. Endgültig fertig. Richtig. Es wird herausragend werden. Wie war das nochmal mit dem Handel? Ja, hier haben wir es rufen. So, wir benötigen Kristalle. Das ist ein wenig. Okay. Okay. Wie viel haben wir da? Wir haben 210. Gut, dann können wir natürlich hier in unserem Heimatsystem. Wenn ich dann das entsprechende Konstruktionsschiff hier finden würde. Ja. Genau. Hier an diesem Gasgiganten. Eine Megastruktur bauen. Ein weiteres Habitat für uns. Ja, wenn wir uns nicht ausbreiten können, weil wir abgeschlossen wurden, müssen wir es nicht auf eine andere Art und Weise tun. Ja. Ja, und es drängt sich die Frage auf, was mit den Terranern zu tun ist. Sie sind ja immer noch unter den Fittichen von jemandem. Wir werden sie befreien, ob sie wollen oder nicht. Ja, das könnte man sich was sagen. Moment mal. So. Ich will versuchen, da ein bisschen einzukaufen. Sie sind ja immer noch unter den Fittichen von jemandem. Ich will sagen, wir müssen uns nicht auf eine andere Art und Weise verabschiedet werden. So, äh, Senat. Da darf eure Stimmen auch noch zählen, ja. Da ist das Empire of Shurima und wo ist das Darknet da unten? Ja. Das Darknet plant bestimmt schon den Verrat. Ja, mit Sicherheit. So. Ja, Darknet. Ja, nu bist du auch, posten wir letztes Mal zurück. Ich hab zu viel. So. Darknet. Ja, Darknet, Darknet. 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 Ja. So, äh, könnten wir jetzt vielleicht mal, ja, müssen glaube ich tatsächlich, wo ist denn unser, so, Flotmanager, ja, ihr habt alle, ich weiß, das verwirrende Namen, die nicht übereinstimmen. Das sind Teslas, R, Tesla Art. Auflösen, ja, nein, 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 nein. Ich möchte eigentlich diese... Technologie ist gar nicht... Äh, fünf kleinen Flotten hier vereinen zu einer Flotte. Du mach das mal. Was soll man denn entdeckt? Ah ja. Ja, das Sorrwelten, hm. Was, 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 was? Also, welche von uns auf Sklavenmarkt? Warum, warum gibt's so was? Warum ist das möglich? Das ist schon erstaunlich, ne? So was manche Leute fähig sind. Äh, wenn ich herausfinden, wer das war, äh, direkt auf dem... Was ist passiert? Aber das Lustige ist, alle anderen Fraktionen, alle anderen Sklavenkosten, so 1.100 Gold, 1.200. Meine kostet einfach mal 1.400. Ja, die, äh, erhöhen den Preis nur für dich, verstehst du? Das ist, äh... Nee, nee, weil meine, meine Fraktion sehr stark ist, sehr starke Sklaven. Ja, natürlich, das, äh... Besser. Nee, steht auch dahinter, sogar. Das, äh, das können sie sich natürlich einreden, aber wir wissen alle. Wir wissen alle, wie's wirklich aussieht. So. Ach ja, wieder die Jungs hier. Ach, ich wollte doch gerade eine Forschung auswählen, oder kommt ihr schon wieder und wollt etwas von mir? Hier. Kaufen wir ein paar Legierungen. Dann können wir uns das hier, glaub ich, 10 Mal leisten. Und jetzt wirklich, ja, Gauss-Kanonen. Gauss-Kanonen sind das nächste Ziel. Dauern nur ein Jahr. Diese Verbesserung hier, diese Verbesserung hier. Und die Resulting-Kampagne ist abgelaufen. Ja, die sollten wir, wenn möglich, natürlich direkt nochmal starten. Dazu müssen wir ein wenig unserer Nahrung verkaufen. So. Konstruktion online. Seine Sensoren, Sordreichweite, Trefferbund, Spenkstoffe, ja, das, ähm... Vielleicht, vielleicht wird es ja Zeit, äh, die, diese ominösen Gaiana, wie sie es mittlerweile nennen, dort im Norden zu vernichten. Sind mir schon seit einiger Zeit ein Dorn im Auge? Schon hin oder her. Das, was sie den Zulivan angetan haben, das gar nicht toleriert werden. All diese Vertreibungen, all diese Gräuetaten. Unsere neuen Disruptoren wollen natürlich auch eingesetzt werden. Ja, doch, mehr Physikforschung. Hm. So wie meine Gegenklinik, ein Produktionsministerium, wäre noch nicht schlecht hier. Produktionsministerium, wenn das hier überhaupt für Vypa ist. Hat auch hier unten, natürlich. Zentralkontrolle auf dem Planeten. Ah ja. Auf einem meiner Planeten gibt es pazifistische UNO. Gibt es nur eine Möglichkeit dagegen zu handeln. Ruf das Kriegsrecht aus. Oh mein Gott. Ich, ich liebe Roleplay. Ja, also ich habe keine Konsumgüter, keine Nahrung, keine Mineralien, keine Credits. Ja. Nachdem sie das Haft übernommen haben von Kirito, haben sie es geschafft, ihr Land innerhalb von kurzen Zeit wieder völlig in den Ruin zu wirtschaften. Das würde sich freuen. Wir wissen, wenn wir beim nächsten Mal wieder spielen dürfen. Ja. Die Rettungspakete werden bereits geschnürt. Ach ja, ich habe ja noch diese ominösen Piraten hier. So, die Regimentkampfruppe kann da mal denke ich, sich auch mal etwas beweisen. Das wird ja das Vierte Stern worden. Und der Sechste, die können sich alle zur LKG hier begeben, würde ich sagen, du, du und du. Alle verbinden. Okay, einer unserer Gewanderer ist stur. Ja. Ich denke, ich werde gleich mal durch eine kleine Propagandaübertragung unseren unserer Freunde aus den Gaianern ein wenig beunruhigen. Weitere Megaplexe und oh nein, wo ist das Typ da? Ja, das war eine schnelle Entscheidung. Hervorragend. Okay. Ruf hier, du bist gerade tatsächlich in der Habitatskonstruktion richtig, dann holen wir doch ein zweites Konstruktionsschiff her. Tuch hier oben. Ah, ja, du sollst eigentlich auch da oben bleiben. Bist hier. Okay. Kommen wir die Station hier wieder auf. Können ja auch hier zum Beispiel nochmal eine Basis bauen. Hat uns das hier nicht nochmal passiert? Schlapp R-104 Legierung und kostet uns das? So, dann kommt ein Frankenstein dazu. Witzigerweise kann ich das Gebäude, also die Diplomatengebäude kann ich witzigerweise nicht auf dem Botschaftsorbital bauen. Tatsächlich? Das geht offensichtlich nur vom Planeten. Bedauerlich. Äußerst bedauerlich. Ja, so wie es scheint, sollten wir tätig werden im Senat und Gefallen einfordern, um das zu verhindern. Was denn? Ist nicht aufgepasst? den 5-Jahres-Plan. Den 5-Jahres-Plan. Mit dem Beispiel von Bewohnern. Ähm, da da da. Ja, du solltest dich vielleicht auch mal entscheiden, Darknet. Ähm, dagegen oder was? Ja. Ups. Okay, so, wir benötigen mal von euch einige Gefallen. Ui, Geil, es hat sich gerade hineingegeben. Ah. Werden haben wir denn da? Wir sollten mal die, also die Rottax werden sich wahrscheinlich nicht auf unsere Seite erhauen, letztlich. Hm. Warte mal, ich werde auch ein bisschen handeln. Ja, wenn ihr Gefallen einholen könnt, dann macht das mal, weil ich kann es mir gerade tatsächlich nicht leisten. Das wäre nämlich super, wenn das nicht. Wie lange darfst du noch? 600 Tage oder so? Ja, schauen wir mal, ob sie mit 20k reddits. Tausende Schritte auch. Ja, Rattak. Können die Sullivan überhaupt, äh, können das ja mal versuchen, ja. ressourcen, Energiecredits. Kostet mich ungefähr 12k. Kriege ich zehn, zehn gefallen. Hm. Oh, das werden wir jetzt einfordern. So. Wie geht denn das mit dem einfordern? Warte mal. Dann bei der Abstimmung. jay, wir gehen unter, herzlichen Glückwunsch. Und weg. Und wir sind wieder, und sie sind wieder bei uns. 12,4k habe ich dir jetzt eingeladen. Sehr gut, sehr gut. Ja, es war nur 11k. Wenn ich eins habe, dann ist das Credits. Ja. Du musst jetzt nur auf den Einfluss warten, aber bei Ihnen, das steigt auf der linken Seite gerade auch kontinuierlich. Soll ich dir ein bisschen Geld schicken, damit du dein Einfluss... Du kannst mir ein bisschen Geld schicken, dann gehe ich vielleicht nicht komplett krank. Ja. Warte, ich muss kurz meine Forschung an. Aber mach mal und ich schiege gleich Geld. Super. Sanusverarbeitungsanlagen. Komm, mach das mal. Oh, Titanen. Das kommen Leute mit einer neuen Idee auf mich zu. Das hört sich doch interessant an. Ähm. Kanonenkanonenstationen. Wo bist du denn? Ja. Wie viel brauchst du ungefähr? Keine Ahnung, gib mir mal so viel wie du übrig hast. Also was du mir kriegen kannst. Ja. Na, wie viel ist monatlich dein Problem? Wie viel hast du monatlich in Minus? So. Ich denke, wir sind jetzt tatsächlich durch dieser Session, dieser Folge. Ich werde noch hier die letzte Harmoniestufe hier mitnehmen und den Aufstiegs-Lot freischalten. Ansonsten sehen wir uns dann, ja, in der nächsten Folge. Bis dahin macht es gut. Ciao, ciao. Wie viel was dust? Bis dahin. Auf Wiedersehen.